Also so viele Kopfballtore wird Inouye in seinem Leben noch nicht gemacht haben, aber den hier, den konnte er ja gar nicht mehr vorbeiköpfen. Die Flanke war super schön geteimt von Rosenthal, der hebt den Kopf, sieht den Mannschaftskameraden in der Mitte und dann macht Takashi Inouye, der ist 1,69, 1,69, ein Kopfballtor. Also davon wird er sich die DVD und das Kopfkissen legen, definitiv. 2,1, die Eintracht ist erlöst. Jawohl, wir küssen Europa.